Musik Hallo liebe Wanderfreunde, ihr kennt mich, ich bin's Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute sind wir in Sotzweiler unterwegs und gehen den Engscheider Waldweg. Er ist etwa 7 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann kommt mit. Musik 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 Hallo, 5 Kilometer haben wir geschafft. Das ist ja schon mal was. 2 Kilometer haben wir noch. Was uns ein bisschen genervt hat, war die Autobahn, die uns die ersten 3 Kilometer etwa begleitet hat. Das ist ein bisschen störend, aber so für Familien mit Kindern oder ältere Wanderer mit wenig Kondition ist das eine echt schöne, entspannte Tour. So, wir wünschen euch dann noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, über ein Abo und Kommentare würden wir uns weiterhin unheimlich gut freuen. Ciao. Musik 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 Vielen Dank. 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 Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Uns hat nicht gefallen. Nein, das lässt mich am Arsch, ich weiß nicht, was ich hört an dem Fazit schon mache. Noch etwa 2 Kilometer. So, ich probiere. So, ich probiere. So, ich probiere. So, ich probiere.